Hallo! Ich bin wieder da zu einem Vlog heute mal, weil ich heute mein Musikvideo drehe, zu meiner neuen Single Der Brief. Ich hoffe, ihr habt den alle schon gehört, weil also den, die, das, die Single natürlich. Wenn nicht, dann in der Beschreibung unten. Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir sind negativ. Ich bin nicht schwanger. Und zwar, das müsst ihr wissen, ich wollte ursprünglich eigentlich kein Musikvideo machen, weil ich mir dachte, ja okay, weiß auch nicht, muss ich das? Und dann irgendwie war ich so, ich will aber. Und jetzt muss ich das super spontan machen. Und jetzt habe ich den, Gott sei Dank, den lieben Stefan gefunden. Und der macht das für mich. Das ist so toll. Und ich bin sehr aufgeregt, wie es wird. Und deswegen nehme ich euch heute einfach mit. Ich lüge euch gar nichts vor, ne? Deswegen, ich mache jetzt meine Haare rein. Also meine echten, die sind nämlich nur so kurz. Und das finde ich jetzt total langweilig. Und deswegen haue ich diese Dinger hier noch rein. Ich möchte euch nichts vorlügen. Und deswegen zeige ich euch das einfach. Danach natürlich noch glätten, weil ich habe hier, ich weiß nie, was das ist, Engelslocken. So sieht es aus, wenn... Ja gut, dass es nichts getan ist. Sie sieht aus wie Tarzan. Wie Tarzan. Ja, jetzt ab ins Badezimmer. Hi. Okay, jetzt passt. Jetzt bin ich ready. Jetzt kann ich auch das Intro machen. Also jetzt mache ich das, was ihr am Anfang gesehen habt. So übrigens, wir drehen das ja hier in meiner Wohnung. Und das ist jetzt nicht so eine fancy Wohnung. Und ich sitze hier am Schreibtisch. Und dann musste ich den hier erstmal ein bisschen leere räumen. Und jetzt habe ich halt alles... Was ist denn das hier? Jetzt habe ich halt alles in meine Küche getan. Und das sieht halt jetzt so aus, ne? Aber gut. Was soll ich machen? In München eine Toja-Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Ja, jetzt ist das halt hier so. Mein Bett habe ich jetzt nicht gemacht. Aber da lege ich mich hier später eh rein. Boah, das klingt ja voll falsch, ey. Du nicht, Leute. Hallo. Hi. Der Stefan ist da. Wow. Oh, wow. Hast du mir Gold mitgebracht? Ja. Geil. Hier wird meine Wohnung zu einem Filmset. Wenn jetzt mein Schreibtisch hier irgendwie... Dingst. Reden kann ich. Super, gell? Hier, professionelles Setup. Die erste Szene haben wir schon gemacht. Jetzt machen wir es aber nochmal. Schönen wir mal. Schönen wir mal. Oh. Schönen wir dich direkt da, halt. Bulli, ich bin da, wenn du mich brauchst. Okay, aber... Vielleicht, dass du dein Handy dann so ein bisschen verschwinden lässt. Ja, ich muss wegschmeißen. Sobald ich anmache. Wegschmeißen. Oh. Schmeißen musst du es jetzt auch nicht gleich. Okay. Ready? Falls ihr euch übrigens fragt, was ich da die ganze Zeit schreibe, das ist das hier. Gut? Gut, sehr gut. Meine Mama ist da. Hallo. Und jetzt guckt dir mal kurz bitte unser Set an. Und dann mit dir. Schaut toll aus. Schaut toll aus, ne? Sehr gemütlich. Und jetzt in die Rumpelkammer. Oh mein Gott. Ja, Thomas, meine Pferde. Ja. Das ist... So genau mein. Oh, ist alles drin. Wir filmen jetzt eine Bettszene. So schön schlafe ich nie. Schöne Kamera. Jetzt schlaf. Gänse ich bitte hinstehen und von oben hier filmen. Ja, sonst noch nicht. Das dauert er jetzt ewig. Bitte. So, wir haben jetzt den Dreh nach außen verlegt. Und wir drehen jetzt die Szene, wie ich den Brief zum Briefkasten. Meine Mama ist ganz stolze Lichtassistentin. Ich steigere mich. Drei Monate Einschulung bekommst du mir. Also hier geht's an und dann immer draufhalten. Jetzt kommt die Kunst der Sache. Und zwar, dass du... Du musst eigentlich rückwärts laufen. Oder wir machen dir das... Nee, deine Mama. Oder wir machen dir das Licht auf dem Rücken. Und versuchen immer wichtig, so den Abstand zu halten ungefähr. Corona nehmen. Genau. Den Abstand, ja. Genau, Corona. Tu mal so, als würdest du nicht frieren. Habt ihr einen Brief geschrieben? Du musst du filmen, wie geil ist das denn? Man sieht's. Okay. Das ist ja geil. Perfekt. So, wir sind fertig. Oh mein Gott. Bittschuh, Patsch und Nass. Jetzt krieg ich die Loppen. Wir haben es geschafft. Abgedreht. It's a wrap. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Danke für deine Hilfe. Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass es richtig, richtig gut wird. Morgen. Morgen um 24 Uhr. Aber das sehen die ja eh schon, wenn es schon alles drauf ist. Okay. Geht's schon. Doch ich will, dass du noch so viel weißt. Und deshalb hab ich dir nen Brief geschrieben. Meine Worte zeigen dir, was ich will. Na, 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 na. His stepping mit mir. Na, na, na. Na, na, na. Na. Na, na. 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 Na, na. Na. Untertitelung. BR 2018